Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch gerne die meiner Meinung nach besten Gaming Studio 2024 vorstellen, die ich so getestet habe. Bevor wir loslegen, einmal die Bitte, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like, einen Kommentar mit eurer Meinung zum Video da und wenn ihr euch für einen Stuhl entscheidet, ob es jetzt einer von diesen Stühlen hier ist oder einer der anderen Stühle von meiner Website, die ich getestet habe, dann macht das doch bitte über einen der Links aus den Videobeschreibungen oder aus den Testberichten. Den kostet euch keinen Cent mehr, würde mir aber weiterhelfen, noch viel mehr Stühle zu testen und noch viel mehr Videos zu drehen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon direkt mit dem Ranking. Also ich werde nur kurz jeden Stuhl so vorstellen und sagen, welcher Stuhl auf welchem Platz ist, meiner Meinung nach. Und für noch mehr Testergebnisse und detaillierte Infos und Angebote schaut sehr gerne in den Testberichten zum einzelnen Stuhl vorbei. Und ja, auf Platz 1 sind zwei Stühle bei mir, einmal der Backforce One Plus und der Backforce V Plus. Beides sehr ergonomische Stühle mit sehr ähnlichen Funktionen, muss man sagen. Also da sind wirklich nur noch kleine Unterschiede. Deswegen sind die beiden auch auf Platz 1 für mich. Und eben halt auch, weil wir hier die sehr hochwertige Qualität haben. Wir haben 10 Jahre Garantie. Und wir haben eben so viele ergonomische Funktionen, die ergonomisch wertvoll sind, wie zum Beispiel eine Synchromechanik, eine Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung, die klappbaren 5D-Armlehnen und die verstellbare Lordosenstütze sowohl in der Höhe als auch in der Ausprägung. Also das sind so die Funktionen, die der One Plus und der V Plus gleich haben. Was die beiden Modelle voneinander unterscheidet, ist zum einen halt die Form und auch der Bezug. Denn wir haben beim V Plus einen kompletten Stoffbezug. Und beim One Plus haben wir einen Mix aus einem Kunstleder und einem Alcantara-Imitat. Dann gibt es noch einen Materialunterschied, und zwar das Fußkreuz, denn wir haben beim One Plus ein Aluminiumfußkreuz und beim V Plus ein Kunststofffußkreuz. Bei den Funktionen gibt es an sich nicht so die großen Unterschiede. Es gibt nur einen Unterschied. Und zwar haben wir bei beiden halt eine Synchromechanik, die wir auf unser Körpergewicht in verschiedenen Stufen einstellen können. Und beim One Plus, also im teureren Modell, sind es eben ein paar mehr Stufen, die wir einstellen können als beim V Plus. Beide Stühle würde ich ungefähr für Körpergrößen von plus minus 1,55 bis 1,95 empfehlen. Belastbar sind beide Stühle bis 130 kg. Und wie gesagt, für noch mehr Infos und Testergebnisse schaut sehr gerne in den einzelnen Testberichten zu den Stühlen vorbei. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zu meinem Platz 2 im Ranking, und zwar ist das der Thunder X3 Core. Ebenfalls ein Stuhl mit vielen ergonomischen Funktionen. Und zwar haben wir auch hier eine Synchromechanik, die wir in verschiedenen Stufen an das eigene Körpergewicht anpassen können. Dann hat der Core ebenfalls eine Sitztiefenverstellung und eine Sitzneigeverstellung. Wir haben hier nicht eine verstellbare Lordosenstütze, sondern eine flexible Lordosenstütze. Dann haben wir 4D-Armlehnen mit einer gepolsterten Auflage. Wir bekommen ein Nackenkissen dazu und ein Fußkissen, beziehungsweise können wir auch als Kontrolleablage nehmen. Und ja, insgesamt ist der Thunder X3 Core eher ein Stuhl für größere Leute, weil hier wirklich viel Platz ist. Und ja, durch die tiefe Sitzfläche und auch die hohe Verstellung der Gasfeder, würde ich Ihnen auch eher für Personen ab ungefähr 1,75 Euro empfehlen, bis ungefähr 2,10 Meter. Und belastbar ist der Stuhl bis 150 Kilogramm. Ein meiner Meinung nach sehr bequemer Stuhl mit ebenfalls sehr guten ergonomischen Funktionen. Und da würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zu meinem Platz 3. Und zwar sind es wieder zwei Stühle. Und zwar ist es der Backforce One und der Backforce V. Wie auch beim Backforce One Plus und beim Backforce V Plus haben wir auch beim Backforce One und beim Backforce V haben wir 10 Jahre Garantie, sind Made in Germany Stühle, hochwertige Stühle und eben auch welche mit ergonomischen Funktionen. Also meine Top 3 unter den Gaming Stühlen sind halt Stühle mit vielen ergonomischen Funktionen, wie halt einer Synchronmechanik, die meiner Meinung nach wirklich sehr sinnvoll ist. Und wir haben beim One und beim V ebenfalls eine Synchronmechanik. Die unterscheidet sich jeder auch ein bisschen, denn beim One haben wir eine, die wir an das eigene Körpergewicht anstellen können in verschiedenen Stufen. Und beim V ist es eine, die sich automatisch an das eigene Körpergewicht einstellt, wenn wir uns draufsetzen, also eine Autosynchronmechanik. Auch bei anderen Funktionen gibt es da mehr Unterschiede. Und zwar haben wir beim One die Möglichkeit, die höhenverstellbaren Armlehnen auch noch nach hinten zu klappen. Und beim V können wir sie eben nur in der Höhe verstellen. Und auch hier haben wir wieder, wie bei den beiden Plus-Modellen, haben wir auch hier wieder den Materialunterschied. Also Kunstleder, Alcantara, Imitat, Stoffbezug und ein Aluminiumfußkreuz und ein Kunststofffußkreuz. Den One würde ich für Körpergrößen ab ungefähr plus minus 1,55 empfehlen. Und den V ab 1,65, denn durch das Kunststofffußkreuz vom V ist ein bisschen höher und dadurch ist eben auch die Sitzhöhe ein bisschen höher. Und deswegen würde ich den für ein bisschen größere Leute eher empfehlen und den für die kleineren. Also 10 Zentimeter Unterschied ist jetzt auch nicht viel. Bis ungefähr 1,90 und beide sind auch bis 130 Kilogramm belastbar. Auch hier schaut euch sehr gerne die einzelnen Testberichte zu den Stühlen an. Dann kommen wir zu meinem Platz 4 im Ranking und zwar ist es der Secret Lab Titan Evo. Ein Stuhl mit einer erweiterten Wip-Mechanik. Also wir gehen jetzt weg von der Synchron-Mechanik, sondern zu den erweiterten Wip-Mechaniken. Dann haben wir 4D-Armlehnen mit einer Cloud-Swap-Technologie von der Armlehnenauflage. Also wir können die Armlehnenauflage tauschen, wenn wir möchten. Gegen hier ist zum Beispiel eine gepolsterte mit Stoff bezogene. Alles magnetisch, genauso wie auch das magnetische Nackenkissen. Und hier haben wir auch eine verstellbare Lordosenstütze, die wir ebenfalls, wie auch beim Backforce One Plus und Backforce B Plus, können wir auch beim Secret Lab Titan Evo die Lordosenstütze in der Höhe und in der Ausprägung verstellen. Und wenn wir wollen, können wir mittels Hebels seitlich der Rückenlehne die Rückenlehne um bis zu 165 Grad nach hinten verstellen. Hier kann ich keine pauschale Größenempfehlung geben, denn den Secret Lab Titan Evo bekommen wir in drei verschiedenen Größen, in Small, Regular und XL. Und da würde ich sagen, der Small, den würde ich ungefähr für eine Körpergröße von plus minus 1,65 bis 1,85 ungefähr empfehlen. Er ist plus 130 Kilogramm belastbar. Den Regular würde ich für eine Körpergröße von ungefähr plus minus 1,70 bis 1,95 empfehlen und den XL für Personen ab einer Körpergröße von ungefähr 1,95. Der XL ist auch bis 180 Kilogramm belastbar, die anderen Modelle bis 130 Kilogramm belastbar. Also hier ist wirklich für eine sehr breite Zielgruppe an Körpergrößen, also von bis für ein Small, Regular, XL ist wirklich alles da. Und meine genaueren Empfehlungen für wen, welcher der Stühle jetzt am besten geeignet ist, findet ihr auch ebenfalls in den Testberichten. Und dann kommen wir zu meinem Platz 5, einem Stuhl, der dem Secret Lab Titan Evo ein bisschen ähnlich ist. Und zwar ist es der Noble Chess Hero. Von der Formgebung alleine schon haben sie da die Ähnlichkeiten. Und auch die Mechanik ist die gleiche, denn auch da haben wir eine erweiterte Wirtmechanik. Und auch der Hero hat 4D-Armlehnen, nur eben ohne die Auflage, die man tauschen kann. Und auch beim Hero können wir die Lodose verstellen, aber nicht in der Höhe und in der Ausprägung, sondern nur in der Ausprägung. Das sind eben so die Unterschiede, warum der Thibu Lab Titan Evo halt noch ein bisschen mehr bietet als der Hero. Und den Hero würde ich für Körpergrößen von plus minus 1,70 bis ungefähr 2 Meter empfehlen. Belastbar ist er bis 150 Kilogramm. Und ja, das waren schon meine Top 5 Gaming Stühle, die ich bisher so getestet habe und die ich euch so am ehesten empfehlen kann. Und neben diesen Top 5 habe ich auch noch ein oder zwei Preis-Leistungstipps für euch. Und zwar ist das der Nitro Concepts S300 und der X1000. Ich habe jetzt hier den X1000 stehen. Beides sehr ähnliche Stühle, muss man sagen, mit kleinen Unterschieden. Und wir haben bei beiden Stühlen eine einfache Wippmechanik. Wir haben bei beiden Stühlen 3D Armlehnen. Und wir können die Stühle, je nachdem welches Modell, können wir um 125 oder 135 Grad nach hinten lehnen mit der Rückenlehne. Bei beiden Modellen kriegen wir Kissen dazu geliefert. Und beide Modelle kosten unter 300 Euro. Aktuell 280 oder 270 Euro, je nachdem welches Modell. Und für den Preis sind die wirklich top. Also in dem Preisgebiet habe ich so bisher noch keinen anderen Stuhl getestet, der die beiden toppen konnte. Also wirklich, wenn ihr nicht viel Geld in die Hand nehmen möchtet oder könnt, dann sind das meine Preis-Leistungssieger und mein Preistipp auf jeden Fall. Empfehlen würde ich den S300 für Körpergrößen ab 1,65 bis ungefähr 1,95 und den X1000 ab 1,65 bis ungefähr 2,05 Meter, weil der X1000 eben noch so ein bisschen größer ist. Der X1000 ist noch ein bisschen breiter gebaut, also wir haben flachere Seitenwangen, das heißt für etwas breiter gebautere Personen ist der X1000 zum Beispiel auch passender. Aber alle Empfehlungen und Testergebnisse findet ihr, wie gesagt, in den einzelnen Testberichten. Und ja, das war es dann jetzt auch schon mit meinem Ranking. Ich hoffe sehr, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wie gesagt, ein Abo, ein Like, ein Kommentar ist immer sehr gerne gesehen. Und wenn ihr euch für einen Stuhl entscheidet, dann bitte über einen der Links aus den Testberichten oder aus der Videobeschreibung. Kostet euch natürlich keinen Cent mehr, würde mir aber weiterhelfen, noch viel mehr Stühle zu testen und noch viel mehr Videos zu drehen. Ja, und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.